Willkommen zu einer neuen Folge YouTubers Live. Brot heute dieses Video und viel Spaß! Interaktiver Ladebildschirm. Da geht nichts mehr. Gut, dann kann ich das auch nochmal schließen. Oh oh, was will die? Hallo? Wenn du jetzt nicht lernst, werde ich dir Hausarrest geben und du brauchst dann auch nicht weinen, wenn ich das durchziehe. Okay, ja, wenn ich Hausarrest habe, dann kann ich ja noch mehr spielen. Das ist ja super. Dann probiere ich das gleich nochmal. So, fortsetzen. Und die beste Liga im Spiel. So, du hast ein verstecktes Item gefunden. Äh, fröhliche Äußerung. Interaktiver Ladebildschirm. Ja, geht nur. Unlustiger Kommentar, schade. Oh, ich habe was dazu bekommen. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und das passt alles sogar. Ja, das wird ein super Video. So, hochladen. Was? Zum Rendern. Neun Stunden und irgendwas. Das wird ja immer mehr. Wow. Okay. Na dann mal sehen. So, jetzt gehe ich erstmal schlafen. Danach isst du was. Und dann gehst du lernen. Oh, der ist jetzt. Kommtare. Beeindruckendes Video. Hä? Ich habe von diesem Video mehr erwartet. Ja, dann hast du eben mehr erwartet. Ist doch egal. Oh, das geht richtig ab. Ja. Mein erstes Video, was richtig durch die Decke geht. Nochmal lernen. So, und ich habe gerade gemerkt, dass ich hier bei der Auswahl viel vergessen habe mit meinem Charakter. Und deshalb bin ich jetzt nochmal hier und wähle das aus. Die Haare, die... Äh... Ja, die... Ich glaube, die anderen gefallen mir nicht so. Naja. Oh, das ist doch perfekt. Spiegelt nur zu wenig. Naja, das ist auch zu kurz. Ich würde schon sagen, das. Und... Ja, blond, so. Dann... Blaue Augen. Äh... Ja, den Mund, den lasse ich so. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Naja. Am besten keine Mütze. Dann ein Pullover. Aber welchen? Ja, der sieht super aus. Und jetzt die Hose, die... Wie? Ja. So, jetzt noch Schuhe. Da nehme ich... Die vielleicht? Nee. Ich weiß es nicht. Ach komm, ich nehme jetzt die... Und eine Brille. Äh... Nee. Das passt gar nicht. Oder? Naja. Äh, äh. Gut. Dann haben wir das auch schon durch. Dann wie immer... Superstar. So, das zweite Video lädt wieder hoch. Ich habe soweit gespielt, wie wir gekommen sind. Auch wenn das jetzt etwas anders geworden ist. Aber... Ja. Ich habe erstmal soweit gespielt. Das zweite Video lädt gerade hoch. Jetzt ist es online. Und mal sehen, wie viel ich jetzt dadurch bekomme. Bei dem ersten Video habe ich diesmal etwas mehr dazu bekommen. Mal sehen, wie das jetzt wird. So, gelernt habe ich wieder. Dann gehe ich erstmal schlafen. Und jetzt dann wieder was essen. So, das Ergebnis bekomme ich schon mal. Ui. Neun Cent. Wow. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du ein weiteres Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Okay. Wo gibt es das? Ach, hier oben stimmt ja. Dann erste Eindrücke. Oh, Vloggerfähigkeiten. Spenden. Was es hier alles gibt. Ich glaube... Das ist ja klasse. Okay. Zwei Fähigkeiten. So, und jetzt mit neuer Energie gehe ich ein neues Video aufnehmen. Und zwar das hier. Die Le Gende Lebt So, und winkende Begrüßung. Oh, das klingt super. So, Zeit bevor das Spiel startet. Ähm Sarkastischer Kommentar. Danach episches Spiel. Da kommt Eine Eine fröhliche Äußerung. Und Was kommt jetzt noch? Ach, nichts mehr. Oh, okay. Ja gut, wenn das so viel jetzt nicht verändert, dann haue ich die Filter drauf und tue das Hochladen. Oh, coole Begrüßung. Oh, coole Begrüßung als Interaktionskarte. Okay, dann gehe ich jetzt lernen. Ich möchte ja keinen Ärger bekommen. Oh, den Erfolg habe ich schon mal. Bekomme ich noch mehr Aufgaben? Ja, zurück zur Schule. Okay. Und das habe ich auch schon wieder. Das läuft. Kaufe ein Spiel. So, dann gehe ich jetzt erst mal schlafen, dann essen. Und bis dahin ist hoffentlich das Video hochgeladen oder auch nicht. Warum dauert das so lange? Oh, ein Dollar. Mensch, du da. Oh, das ist ja super. Sehr gut, du hast einen Tal. Sehr gut, du hast einen Talentpunkt erhalten. Jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, bekommst du einen Punkt, den du zum Verbessern und Entdecken neuer Arten von Videos investieren kannst. Okay. Erste Eindrücke. Ich glaube, ich nehme erst mal das. So. Wann ist denn der fertig mit hochladen? Komm schon. Und, und, und? Ja, jetzt. Super. Wieder einen Daumen nach unten. Ich habe von diesem Video mehr erwartet. Ja, ist ja klar. Aber, das macht nichts. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Und deshalb nochmal ein Video gleich. Und zwar Video 3. Bis zum nächsten Mal. 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 Äh, wie nenne ich denn den Titel? So, das war's mit YouTubers Live. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schaltet auch das nächste Mal wieder mit ein.